ARD Text im Auftrag von Funk Moin zusammen, es kommt eine neue Folge Wooten City Ah nein! Hallo! Fast Übergrösung Doch, ist das richtig? Ich hoffe nicht, du hast dich immer gehabt Was? Du hast gesagt, ich soll nicht immer die gleiche Begrösung machen Du scheiss auf, wieso hast du immer die gleiche Begrösung gemacht? 3, 4, 5 Also 5 5 mal wieviel? 1, 2, 3, 3 Das weisst du noch von gestern 5 mal 9 Ok 45 Und wenn es ausdacht sind 45 mal 3 Das schiesst mich auch zurecht 135 Meter Wazen pro Abbau Zu viel oder zu wenig? Ist ja auch wenig Ok Also ich hätte es jetzt auf einen Stack gemacht oder so Nein, ist ja weiss Ja und du hast jetzt nicht so viel wie eine Cactusfam Und jetzt bin ich jetzt am machen Das wird man eh praktisch nie ernten Für einmal Im ganzen Let's Play Ja, was interessant Aber weisst Wir haben ja nicht nur noch ein Stack rumliegt Genau Aber weisst Es geht nicht darum, dass man das braucht Es geht darum, dass man es hat Ja Und das ist wirklich Weisst du, man geht es weg und es ist weg Was haben wir noch nicht? Beacon haben wir noch nichts Beacon? Ah ja Aber wenn ich das mit Pyramiden checke Ich bin bis jetzt immer noch nicht so richtig Wieso nicht? Wieso nicht? Also ich war Also bis jetzt Also bis jetzt habe ich noch Keinen Keinen anderen YouTuber Oder irgendetwas gefunden, das das wirklich relevant gebraucht hat Also das wirklich relevant ist Also das ist wirklich relevant Das ist for the swag Oder allgemein Oder allgemein Aber gar keiner hat das bis jetzt gemacht Weil es einfach Baut hat es da Baut hat es da Also Pox und Media hat es gebaut Da hat ein Beacon gebaut Ja So mit Pyramiden und so, oder? Ja Ja, du musst immer eine Pyramide machen Du musst eine Pyramide aus Smaragd und so Ein hochwertiger Blöck Entweder Smaragd, Eisen, Gold oder Diamant Das ist eine spitze Die grössere Pyramide ist, desto Ähm Desto Stärkiges Signal Also der Effekt Und kann man auch einstellen, welchen Effekt man bekommt? Ja Und wenn du Also wenn du eine kleine Pyramide machst Hast du halt wenig Effektsausfall Dann hast du glaube ich Schneller Abbau oder schneller Laufen Ah ok Wenn du die grösste hast Das ist Regeneration Aber Und Und nur halt in der In der Umgebung, wo du bist Also wo es ist Also wo es ist Ja Ok Also ich muss den Inventar entmüllen Weil ich Schlecht da durch Oder gleich rum Das ist ein Problem Boah Ich muss jetzt aufgabe suchen Entweder Felder bauen Nein, das mache ich Dach Oder Dach Dach Da Ich weiß es immer, wenn ich in BVP wohne, dann kann ich nie richtig schnell eine Kiste lauten, weil ich drücke auf FN, aber es ist Shift, weisst du? Aber das ist auch so weit unten. Das ist am Anfang, ich habe... Aber jetzt geht es mit der Zeit langsam. Und wir haben nur 13 Seelen-Sand. Ja, dann musst du mich nicht abbellen. Aber du machst nur 13 gross. Ach Scheisse! Nein, ich will doch nicht in den Eter. Dann machst du das ein andermal. Boah, aber ich will das jetzt fertigstellen. Dann musst du in den Eter. Boah, ich will doch nicht in den Eter. Ja, entweder oder. Ja, scheisse Widersprüche da. Ja. So ist das Leben. Das Leben ist voller Widersprüche. Ich will auch kein Dach bauen. Dach bauen ist scheisse. Vor allem mit der Aufnahme. Ich glaube ich mache das. Nein, sicher nicht. Doch natürlich in der Aufnahme. Sicher nicht, das musst du drin haben in der Aufnahme, Alter. Das muss ich auch sehen. Ich meine, ich mache... Ich dachte auch wenn du aufnimmst, oder? Nein! Sag nicht immer noch. Albe! Wieso ist eigentlich immer Tag? Wartest du denn? Hä? Habe ich das doch eigentlich umgestellt? Wartest du denn? Ja. Habe ich das doch eigentlich umgestellt? Du, Day-Night-Circle. Es ist wahrscheinlich falsch umgestellt, oder? Falsch. True. Und die Carol? Jetzt einfach seit drei Folgen Tag. Ja, ist doch geil. Also es ist... 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 Doch ich habe es in der Aufnahme gesehen. Du hast... Du, Day-Night-Circle falsch. Hast du vorgelesen. Ich habe dann aber irgendetwas gesagt, dass du es auf... Nicht vorst, sondern auf die Schuhe stellen musst. Aber offensichtlich ist es nicht Die, Day-Night-Circle gewesen. Mhm. Ich glaube das ist, wir müssen Keep Inventory sein. Ah, ja. Äh... Anni, kommst du mit? Ich bin nicht allein. Nicht so? Ja. Ja. Machen wir nicht jetzt. Ja. Ich muss aber zuerst den Ding holen. Go Food. Ja. Ich muss dich. Das ist aber nicht. Was? Du bist gerade im Ding drin? Boah, ich bin ja... Babo. Hä? Wie hast du das gemacht? Ja wahrscheinlich wollen die auf ein Labgarten schiessen. Du gehst durch. Wachst du noch, ich will das machen. Jo, wie ich jetzt einfach 2 Enderpeller benutzen kann. Ich habe ein wenig Dimage gekriegt. Dimage? Dimage. Ah, du. Du hast den Ding. Warte, kann ich mir das Deck noch voll machen? Gib mir einfach das Deck. Ich gebe die 29 zurück. Wir kriegst nicht. Keine zu viel. Boah, wäh. Wachst du? Huga. Boah. Jetzt bin ich selber. Willst du sie noch verbrennen, oder? Ja. Komm, mach. Dann soll ich sie essen. Verbrennen du. Boah, beruhigst dich. Du kriegst sie ja wieder. Achso. Da liegt sie. Huga, 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 Huga. Oh nein. Ja, ja gut. Verdummt. Was rum? Ja gut, habe ich gesagt, dass ich mit Feuerzeug umgehen kann. Ein Holzhaus. Komm jetzt. Ich will mich zuerst noch entschissen. Nein, nein, es wird jetzt nicht entschissen. Ich will aber nicht mit unseren ganzen heiligen Dingen nether. Weisst du, was das macht so? Heilige Bricks. Ähm, okay. Können wir mich gerade in die Kiste? Oh, no, 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 no. Was hast du jetzt gemacht? Cool, Schatz. Die Inventory. Hey. Nein, was denn? Du, die Inventory? Ja. Okay. Easy. So. Es ist nur nicht so viel. Ähm, drück mal ein. Es geht nicht. Nein, du sagst nicht. Wow! Aber es hat die Kaste aufgeschlagen. Alter! Zombie Pigment. Alter, die trifft mich an! Ja. Du hast dich wahrscheinlich rumgeboxt, während du im Portal warst. Und dann ist einer im Portal gestanden. Wo bist du denn? Ich bin gestorben. Was? Oh ja. Du hast wahrscheinlich in der Dusche auf mich rumgeschlagen. Und dann, wo du Pott geworden bist, hast du wahrscheinlich eigentlich dort gestanden. Jetzt sind die Zagro. Ah ja, Magsci. Darf ich eigentlich? Ja. I had... Darf ich eigentlich... Ähm... Ähm... 30 Level haben? Weil... Wegen Fabio. Aha. Ja, doch. Okay. Was machst du jetzt? 3-3 Level nehmen? Ja. Bisher wollen wir doch nicht. Ich will aber zuerst meinen Busch-Ponsor zeigen, oder? Darf ich? Ja, klar. Wahnsinn. Wie geht das? XP? Ich weiss es nicht mehr. Nein, nein. Ähm... Heisst es... Slash XP? Slash GIF XP? Slash XP? Slash... Ah, okay. Ich weiss es nicht mehr. Aber ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es. Ich weiss es. Ich weiss es. Boah, das kann ich nicht mehr. Oh nein! Ah, scheisse. Boah, mein Lieber ist einfach am Arsch. Jo... Und ich habe dir die... YOLO! Okay, jetzt bin ich auf Level... ...ein 37 vielleicht schon gefahren, bevor ich ein Level gemacht habe. Zack. Okay. Boah, blöde Gast. Geil! Es lag. Ein Feuerschutz, lol. Ein Feuerschutz, 4. Halbbarkeit, 3. Und hier ein 2. So etwas habe ich auch. Ich habe Protection 4, nicht Feuerschutz. Was ist vorher? Was brauchst du vorher? Ein Feuerschutz? Äh... Wenn du im Feuer stehst. Wenn du brennst. Aber wieso? Boah. Aber kann man das nicht einfach Nummer 1 haben? Doch, kannst auch. Ja, aber... Aber bringt das eigentlich überhaupt mehr? Das bringt nur gegen Feuer etwas. Ja schon, aber... Aber gegen Feuer bringt es mehr... Also es bringt mehr für Protection 4... Anstatt, äh... Normal Protection. Das ist wie mit, äh... Ban. Du kannst du jetzt auch mit 1 hitten. Aber alles andere nicht. Die Verzauberung sind stärker. Jo, ich habe jetzt einfach gedacht... Ein Feuerschutz ist Feuerschutz. Dann kriegst du einfach keinen Fierschaden. Nein, es ist nicht Fire Resistance. Obwohl könnte ich jetzt nicht... HAH! Lava schwimmen. Ach Gott. Fast nicht Lava geben. Ah, du bist jetzt auch nicht. Vorher hat die Zomibege mit der Eist von hinten klatscht. Ja, du bist einfach ohne Rüstung. Was ist hier? Oh Gott, Rennen! Freak Tuff, Grabberdoll! Komm, ähm... Du musst ihn killen mit, äh... Ach, ein Achievement back to center. Quasi. Ich weiss. Ich weiss. Ach, die haben 2. Joo, aber ich krieg mir einfach... Achievement... Nein, hol du geschwind. Ähm, hol doch den Sand, ich tuue dich doch gleich daheim. Oh, ich muss jedes Mal vom Bauernhaus wieder zurücklaufen. So, Fliegenderperlen. Ui, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. Boah, ich spürte durch ein bisschen Ping-Pong. Ich habe... ich habe keine... Hä? Ah, die habe ich wahrscheinlich richtig gemügt. Mit dem Gas? Ist ja gut, mit dem Ping-Pong-Spiel. Es geht, aber weisst du... Ja, das heisst in dir die Beste im Ping-Pong. Also von dem bin ich ruhig. Ja, und je BKDF-Heuer-Schutz. Entweder kriegst du 4 für irgendein Damage oder du kriegst normal 4. Wie meine ich 4? Nein, ich bin 4 für irgendein Damage. Entweder wenn du angezündet bist, hast du dann... Hast du dann... eine Chance von... ich weiss nicht... ich glaube für 80% dass du dann nur... für... dass du dann nur 1 4 Damage kriegst. Aha. Also für 1... auch durch... wenn du Pech hast, dann kriegst du ganz normal. Ja. Also das ist ein wenig geil. Ähm, wo gibt's... Schau mal, ist das... Ah, da oben hat... Da oben? Ja. Ja. Geh du geh... ein Sand haben während ich... Ich dachte ich muss jetzt weiter spielen. Juhu. Ich will auch Ping Pong spielen. Boah, auch bis ist mein Ping Pong Partner weggegangen, weil der... ähm... depressiv geworden ist. Ich muss erst mal das Feuer ausmachen. Ja. Deprisiv. 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 Das Glück hätte es so aussehen. Aber... müsste er eigentlich auch. Müsste, müsste. Ein paar Püsste. Was machst du eigentlich in der Situation, bis der Ping Pong spielen kommt? Jo, okay. Jetzt mache ich auch etwas Püsse. Hör einen. Ja, hören. Das ist mir egal. Ich muss ihn sehen und ich muss ihn umbringen können. Also ein Ping Pong, weisst du. Ganz sozial. Nicht irgendwie... Faires Match. Faires Match, genau. Ich glaube, wir haben nirgend. Mit dem, der mit der Pump Gun so schießt. Komm... Lass uns mal ein... Lass uns mal ein Pump Gun Battle machen. In real life. Nein. Shotgun Battle einfach so. Hä? Wie? Ein Shotgun Battle. Einfach ohne... Automatik. Wie? Ich weiss doch nicht. Irgendwie im MC2... Im... MW2 oder so. MW3. Das ist geil. Einfach, hast du gewusst. Du könntest theoretisch... Also wenn du es nicht extra machst... Und dich bemüht, könntest du mit... Drei Holz... Nie verhungern. Im Netto. Weil du einfach... Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, trotzdem. Aber das weisst du nicht unbedingt. Ja, verhungern kannst du nicht. Aber wenn du nur drei Holz hast, bist du schnell tot. Also ja... Nein. Ich brauche jetzt ein... 7 Holz. Ja, für die Kraftkiste. Und dann machst du den Bild zum... Also ich habe ein Attack on 14. Ein Attack on Titan? Was hast du gesagt? Ein Attack on 14. Ein Attack on 14. Oh, das klingt so fest... So eigentlich... So eigentlich... Attack on Titan. Ein Attack on Titan, ja. Ein Attack on Titan. Also ich gehe wieder... Ich gehe wieder aus dem Nähen. Ich bin schon lange wieder draus. Ich bin schon lange an meiner Arbeitsstelle. Aber egal. 38. Wow, das nenne ich. Ja, du brauchst nicht so viel. Ich tue einfach... Zeit sparen. Für euch, für die Hirnform. Für die Hirnform. Ja, was willst du? Äh... Für was brauchst du Eier? Nein, ich brauche bloß das Hirnchen. Keine Eier. Hey, aber du kannst ja auch, wenn sie Hühner... Hey, nein. Aber wenn die Hühner auf dem Soulcenter ist, musst du einfach dumm... Ja, und dann werden die Eier abgesaugt. Dann hast du schöne Hirnform oben. Deko und so. Nein, lass uns Eier nehmen. Was brauchst du im Hühner Fleisch? Zum Essen. Nein, Steaks... Äh... Es sind besser. Komm jetzt. Er kommt zum... Aber die kannst du nicht so... Boah, berücksicht. Ich muss erst mein Staffel so auf der Kiste gehen. Boah, TP-Andi 8p. 2-Prem-2-9-10. Jetzt hätte ich irgendwas auf den Boden rum. Lass es einfach sein. Nein, warte schnell. Ich muss das gleich weglegen. Also 10, 9, 8, 7... Warte auf den Port. Ah. Wunderschön. Jo, ich brauche doch... Also ich hätte es jetzt längst gemacht, aber es ist wurscht. Du hast gesagt... Ach, f*** dich doch. Jo, ist gleich. Lass es halt. Komm jetzt, ich brauche doch noch... Jo, jetzt musst du nicht wegrennen. Ah, den habe ich weggelegt. Weisst du was? Das gibt es gerade für einen Bitch-Shot. Shot. So, das ist... So, das ist... Jo, das ist von dir. Jetzt bin ich bei der Farm. Lass, ich habe noch ein halbes Herz. Also bei mir steht noch nicht, dass du gestorben bist. Ich hatte noch ein halbes Herz, wo ich auch noch brenne. Jetzt machen wir jetzt erst mal neue Rüstung. Jetzt holst du den Scheissdreck. Zerst. Hey du, deine Logistik ist wirklich... Er ist wirklich am Arsch. Ich bin ja auch nicht Logistiker. Jo, so, zum Glück, Alter. Jo, hast du das Gefühl, ich bin am 6, Jus. Nein, äh... Trotzig. Alter, du musst gerade um 4, jeder soll. Komm, mach jetzt. Du bist am Arsch. Wie viele Brust noch hattest du 14 dabei? Gib's mir. Und wenn es das zu wenig ist, bist du scheisse. Okay. Das finde ich schon 200 Jahre. 4 Minuten. Andi, du bist scheisse. Komm, du Arne. Du bist zu weit zu viel, du. Nimm das jetzt. Ich habe gerade Zomi klatschen müssen. Das nächste Mal. Gib mir noch einen Klaps auf den Arsch. Jo, dein erstes Lehrjahr ist nicht so schlimm. Du kriegst nur mehr Schläge. Aber das nächste Mal. Was laberst du? Jo, beim ersten Lehrjahr krieg ich nur mehr Schläge. Ist nicht so schlimm. Aber beim zweiten brenne ich dich auch. Im dritten ist es tödlich, wenn du fehlen machst. Also pass auf. Und was ist im vierten? Stimmt, du hast vier. Geil. Die meisten haben vier. Nur labern haben drei. Sicher. Sicher nicht. Doch, natürlich. Nein. Ja, okay. Sagt mir eins, der vier hat, außer KV. Äh, nicht, der drei hat, außer KV. Logistika. Okay. Detaissante Fachmann. Das ist echt gehört zu KV. Für mich schon. Es ist schon ein gewisses Grundsonderes, Mann. Ja, total. So wie Rechnungswasser und Mathe, wie etwas anderes ist. Nein, das sind ganz, ganz unterschiedliche Fächer. Insider vor der letzten Folge. Vor, nein. Vor dieser Folge. Wenn das jetzt nicht checkt hat, erfickt euch. Dann schaut die letzten Folge. Ist das noch in der letzten Folge? Ich habe gemeint, das ist schon außerhalb der Folge. Ich weiss dazwischen. Ah, nein. Das habe ich noch. Das ist noch in der Aufnahme gewesen. Okay. Aber eben, wenn ihr das nicht checkt habt, fickt euch und schaut das andere. Sorry, das haben sie gesagt. Das hast du schon mal gesagt. Ah, nein. Es schaut das andere noch nicht. Also, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge, oder? Ja, also sie geht nach meiner Uhr noch zwei Minuten und 40 Sekunden. Okay. Jetzt haben wir die Sprung gestartet, aber vielleicht 30 Sekunden. Ja, das ist gut. Ja, nein, das ist gut. Mach mal gut. Okay, also. Aber niemals etwas studieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bewerten. Genau.